Hier habe ich diesmal ein Buick Century, was ist das? Ja, 550er Buick Century, Maßstab 1 zu 26 von Maisto, ich glaube es heißt Maisto, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, man kann die Türen öffnen, ziemlich detailreich im Innenraum, ich hoffe man kann es sehen. Das ist alles nicht so einfach, was haben wir, der Motor. Ja gut, da waren manche Modelle schon besser ausgearbeitet, das ist alles recht, naja, vergleichsweise präsentiv zu den anderen Modellen, aber es sieht trotzdem sehr geil aus, das Modell, zack. Hatte ich eine Zeit lang halt nur auf dem Schrank stehen und deswegen ist es auch ein bisschen verstaubt. Äh, aber, aber nichts. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr könnt mir gerne ein Like da lassen. Wenn ich das finden sollte, das Modell, weiß ich nicht, ob es das überhaupt noch gibt, wie gesagt, das stand jetzt schon eine ganze Zeit lang einfach bei mir rum, dann werde ich euch das natürlich auch verlinken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis denn dann, ciao.